Warum wird das so gebärdet? Die Gebärde ist an das sternförmige Symbol der NATO angelehnt. Ausgeschrieben bedeutet NATO North Atlantic Treaty Organization. Aktuell hat die NATO 30 Mitgliedstaaten. Im Falle eines Angriffs verpflichten sich die NATO-Mitgliedstaaten, sich gegenseitig zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017